Die Fotografie ist ein ganz besonderes Medium. Es ist ein ganz unmittelbares Medium. Jeder von uns fotografiert selber, gerade auch in Zeiten der Digitalisierung. Hat jeder immer sein Handy dabei, kann alles dokumentieren. Es ist ein Medium, was uns direkt sehr nahe geht. Es ist ein sehr dokumentarisches Medium, was aber natürlich auch künstlerisch benutzt wird. Und in Zeiten des Lockdowns waren Fotografen und Fotografen unterwegs, um ganz bestimmte Momente einzufangen. Und wir sind froh, dass wir hier im Stadtmuseum auch so allgemeinere, besondere, ephemäre Momente des Lockdowns in der Fotografie festhalten konnten. Wir haben acht Fotografinnen und Fotografen ausgewählt, die hier ihre Werke jetzt präsentieren können, die teilweise sehr unterschiedlich an die Sachen herangegangen sind und ein bisschen andere Schwerpunkte haben, sich aufeinander unterscheiden in künstlerischer Form. Und diese Unterschiede, die wollen wir jetzt gleich mal so ein bisschen im Mundgang vielleicht zeigen. Einer der Fotografen ist Andreas Herrmann. Andreas Herrmann ist auch Pressefotograf und kommt dabei an Orte, wo wir eigentlich nicht hingekommen sind zu Lockdown-Zeiten. Wir kamen ja sowieso kaum irgendwo hin, aber er hatte zum Beispiel auch gute Einblicke in den Krisenstab. Er durfte teilnehmen an Sitzungen, er konnte diese dokumentieren und hat zum Beispiel auch den Krisenstab fotografieren dürfen. Also Orte, in denen entschieden worden ist, wie gehen wir mit dem Lockdown um, was sind die richtigen Wege, wo die Politik eher um Wege auch gerungen hat und sich immer wieder neu verstehen muss. Da war er vor Ort und konnte das zeigen und dokumentieren, wie isoliert auch da die einzelnen Verantwortlichen gesessen haben, immer wieder im Gespräch, jeden Morgen die Zahlen studiert haben und versucht haben, eine gute Lösung zu finden. Er ist aber auch mal ganz nah an den Menschen dran gewesen, zum Beispiel als Oliver Schmidt, der singende Kommissar, zusammen mit der Aachener Feuerwehr unterwegs war, haben die Leute am Straßenrand gestanden und diesem Lied und immer, immer wieder geht die Sonne auf. Beifall geklatscht vor Freude, weil da eine Gemeinsamkeit, eine Gemeinschaft irgendwie entstanden ist, ein Zusammenhalt entstanden ist. So was zeigt er. Er ist aber auch an Orte gegangen, wo wir auch wieder nicht gekommen sind, zum Beispiel in den Aachener Tierpark. Der war verriegelt und verrammelt. Es wurde erzählt von den Pflegerinnen und Pflegern, dass die Tiere ganz unglücklich waren. Die haben auf die Besucherinnen gewartet und keiner kam mehr. Die haben sich sehr gelangweilt und wurden auch so ein bisschen depressiv. Das sind Geschichten, die hält er in seinen Fotos fest. Die kommentiert er dann auch noch mal ganz wunderbar. Und hier haben wir eine schöne Auswahl. Er zeigt auch das Aachener Impfzentrum, als es noch auf seine Impflinge wartete. Leere Stühle in einer riesigen Halle. Also so dieses Erwartungsfrohe, was vielleicht auch die Bürgerinnen und Bürger hatten, endlich impfen, sich impfen lassen zu können. Das zeigt er, glaube ich, erstmal in dieser etwas nüchternen, kahlen Halle, aber dann auch diese Geschäftigkeit, als es dann endlich auch losging mit dem Impfen. Das sind die Fotos, die wir hier von Andreas Herrmann haben. Daneben haben wir Thomas Langens. Thomas Langens zeigt uns unter anderem auch leere Räume. Er geht zum Beispiel in den Aachener Dom. Die Gottesdienste konnten gar nicht oder nur eingeschränkt stattfinden. Da auch da die ganzen Rituale, die man ja gemeinschaftlich, wie zum Beispiel auch den Karneval ja pflegt, konnten nicht gefeiert werden. Karneval wurde abgesagt. Die ganzen Weihnachtsfeiern oder weihnachtlichen Messen im Dom konnten nur ganz eingeschränkt irgendwie von Publikum begleitet werden. Die Gläubigen konnten sich nur vereinzelt einfinden. Also alles, was eigentlich Gemeinschaft ausmacht, die gemeinsamen Rituale, die waren ja eingeschränkt und schwierig. Und das zeigt sich ganz klar auch in den Fotografien hierbei. Er geht aber auch noch mal ganz besonders mit dem Thema der Masken und der Maskenpflicht um. Wir haben zum Beispiel hier ein Brautpaar, was ohne Brautgesellschaft, ohne Gäste geheiratet hat mit Masken vom Gesicht. Oder ein Aachener Bäcker hat die berühmten Sandbrötchen verzehrt mit einem Smiley-Gesicht und dann tragen die Sandbrötchen eine Maske, lachen aber dennoch trotzdem. Das Grenzland-Theater hat auch relativ lustig reagiert, indem es einfach eine riesige knallrote Stoffmaske von den Eingang gehangen hat. Landkultur fand ja auch nicht statt. Annett Hoffmann war fasziniert vom Flatterband. Also man hat ja verzweifelt versucht, verschiedene Bereiche abzugrenzen, den Leuten zu sagen, stopp, hier könnt ihr euch nicht aufhalten, egal ob im Innenbereich oder im Außenbereich. Um das irgendwie regeln zu können, um die neuen Wegeläufe, die festgelegt worden sind, einhalten zu können, wurde sehr viel und sehr kreativ Flatterband eingesetzt. Teilweise völlig übertrieben, teilweise auch gar nicht klar, was dieses Flatterband verhindern soll. Also wenn man diesen Spielplatz hier sieht, dieses Spielgerät, was fast komplett umwickelt wird, mit diesem rot-weißen Band, fragt man sich, was soll das? Also man blickt ja sofort, dass man da jetzt nicht drauf spielen soll, dass man halt da Abstand nehmen soll. Oder auch diese Theken-Bereiche, anstatt hier zum Beispiel die Stühle wegzuräumen, bleiben die Stühle stehen, aber man wird dann halt oder trifft auf eine Abgrenzung, dass man gar nicht bis an die Theke herantreten kann. Also diese Situation auch, dass man in Geschäften oder sogar auf dem Wochenmarkt versucht hat, Wege zu regulieren, aber alles dadurch nur noch unübersichtlicher wurde und man noch verwirrter war, diese Hilflosigkeit, doch einen neuen Weg zu finden, den richtigen, aber das halt ein bisschen ad absurdum zuführt wird durch Schilder und Flatterbänder, das zeigt sie, glaube ich, ganz schön in ihrem Werk hier. Marianne Langen zeigt unter anderem aber auch Fotos, wo jetzt wieder Menschen den Raum erobern, aber das sehr distanziert zueinander. Das heißt, man sitzt im Park, aber auf großem Abstand und nur mit einer Person höchstens, mit der man sich treffen darf. Oder man kann ja nicht mehr ins Fitnessstudio gehen während der Pandemie, die sind ja alle geschlossen, also da wird der eigene Hinterhof zum Fitnessstudio und daneben oder dazwischen den beiden Protagonisten auf ihrem Foto sieht man dann den Laptop, wo dann halt jemand Anweisungen digital gibt, wie man sich jetzt zu bewegen hat und wie am besten der Sonnengruß gelingen kann. Also es wurde ja auch viel improvisiert, es wurden neue Wege gefunden im digitalen Bereich ja dann auch, um sich zu treffen, um noch Gemeinschaft herzustellen, um Kontakte zu pflegen und das zeigt Marianne Langen in ihren Fotos.